Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Infamous Second Sun und nachdem wir in der letzten Folge ja ein paar Drogenboote versenkt haben, können wir jetzt in dieser Episode... ja was können wir überhaupt machen? Gucken wir mal auf die Karte. Eigentlich hatte ich ja vor hier oben das Gebiet einzunehmen, also zumindest mal die Kommandozentrale zu zerstören, aber wir können dir eigentlich auch die Papertrail Mission mal angehen. Ich glaube das werde ich mal machen, die will ich mal sehen, was da eigentlich abgeht. Das gucken wir mal nach. Wuppala. So hier, gerade weiter, gibt Gas, Nelson, hier auch noch hoch und wir stehen schon wieder wachen, wie ich sehe. Ja und die ballern gleich mal wieder los. Hey, das kenne ich ja. Wo sind denn die Penner? Ach eben, da hinten. Ja, die können mich mal. Das kennen wir ja schon, das war ja das Versteck von Fetch. So was aber auch. Folgen ist jeder Spur der blutigen Origami-Tauben, um kostenlose Bonus-Mission freizuschalten. Hm, wer zur Hölle ist denn das? What? Wie soll ich denn den fangen? Sieht aber geil aus, das muss man schon mal sagen. Die Maske erinnert mich auch ein bisschen an Donnie Darko. Geht aus dem Weg, ich kann mich mit euch nicht herumschlagen. Ja, wenn es sein muss. So, geht es jetzt besser. Du kommst auch noch her. So, wo sind die jetzt hin? Da oben. Ich komm dir nach. Lauf nicht weg von mir. Ich will dir doch gar nichts Böses. Upp, da entlang. Hier geblieben. Verdammt nochmal, hä? Hä? What? Da bist du. Bleib stehen. What, ey? Ach, Anlauf nehmen. So, ich komm mal zu dir. Lauf nicht weg von mir. Ja, ich glaube mit dem Fangen wird das nichts. Also zumindest nicht so einfach, wie ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Wuppala, das war fast zu weit. Nein, doch nicht. What the heck, ey. Wuppala. Meine Fresse ist die Flink. What? Wohin jetzt? Ach da. Man ey, geht das jetzt unendlich so weiter? What? What? Hä? Mann, ich hab keinen Plan mehr. Da hinein. Bleib stehen. Was? Na toll, da hoch. Du willst mich ja verarschen, hä? Wuppala, das war zu weit. Wie lange soll ich dir noch nachlaufen? Na, das war's anscheinend. Grokodil. Na, das wird aber auch. Oder funktioniert's? Na, probieren wir's mal. Fetch like. Hier noch das Papier. So, und was sonst noch? Ah, da gibt's ja schon nen Tatort. Die Polizei ist ja schon längst am Ort. So, nach... What? Gar nichts? Ich hab gar nichts gemacht. Verdammt nochmal. Wieso zielt ihr auf mich? Ja, klar. Ich bin schon weg. Mach keinen Stress, Jungs. So. Was gibt es denn hier Feines? Und was soll ich damit machen? Irgendwas? Nein? Hä? Keine Ahnung. Äh, ist hier oben noch irgendwas? Nö. Hm. Na, dann muss ich glaube ich mal nach unten. Hallo Polizei. Wie geht's? So, ich bin schon hinter der Absperrung. Alles kein Problem. Ja, klar. Mann, ihr wollt mich doch verarschen, hä? Dann muss ich euch wohl platt machen. Wenn ihr unbedingt auf mich ballern müsst, bitte sehr. Ey, 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 ey. So, bitte. Oh, oh. Schnell mal in Deckung gehen. So, und da sind wir wieder voll. Schön, schön. Hier habt ihr mal ne schöne Staseblase. So, noch einer weniger. Ja, wer schießt denn hier noch? Du kleiner Pisser, hä? Mann ey, na gut, wenn ihr es unbedingt so haben wollt. Bitte sehr. Verdammt, das ging daneben. So, hab ich jetzt mal meine Ruhe. Nein, da steht noch einer. Ach, komm her. So. Ist jetzt mal Schluss. Geldbörse einsammeln. Ja, bitte. So, was fehlt mir jetzt noch? Irgendwas wird noch angezeigt. Und ich schätze mal, es wird die Taube sein oben. Die hat der aber vorhin nicht aufgenommen. Hm, warum auch immer. Taube sammeln. Ja, jetzt geht's. Warum das vorher nicht ging, keine Ahnung. What? Wo sollen wir jetzt hin? Senden Sie Tatortfotos. What? Äh, 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 äh. Okay, müsste ich mich jetzt extra wieder anmelden. Ah, gut, das machen wir mal später. Wohin jetzt? Dann kann ich jetzt ja eigentlich mal hier anständig auf die Kacke hauen. Könnte ich machen. Und das machen wir auch. Represent. Ja, mach ich auch. Auch wenn ich nicht genau weiß was, aber eh, egal. So, oh, wir können wir noch. Na, das nehmen wir doch gleich mal mit. 47, wir kommen näher, näher. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und das ist nicht mehr so gut. Na mal hier hoch. So. Hm. Hm. Vielleicht da drüben. Wir sind näher, näher. Wir kommen immer näher. Jetzt nicht mehr. Jetzt geh ich weiter weg. What? Hä? Ach, okay. Afterlife. Wachen. Na, jetzt haben sie mich gesehen. Scheiße. Ja, ja, ja. So, dann haben die halt so ein bisschen mit Kräften herum experimentiert. Na ja, was denn sonst? So, mal einen schönen Überblick verschaffen, wenn der Baum nicht den Weg wäre. Äh, wo ist denn das? Hä? Ach, da. Okay. Antennen hier, hier. Und wo ist Antennen Nummer 3? Die sehe ich nicht. Okay, können wir noch sprühen. Na, das machen wir auch noch schnell. Direkt vor der D.O.P. Kommandozentrale. Ein toller Plan, Delsin. So, was wird denn das wieder? Es ist zumindest mal eine menschliche Gestalt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was das schlussendlich werden soll. Läuft ja ein Soldat herum. Oder war es ein Zivilist, ich weiß es nicht. Egal. Solange sie mich nicht beim Sprayen stören, ist mir das Wumpe. Ah. Es regnet. So, jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Und die haben hier einmal eine schöne Mauer. Dann machen wir das gleich mal. Nee, he, he. Wow, hey, hey, Delsin, geh weg da. Scheiße. Ja, sorry. Oh Mann. Oh Mann. So, ein Turm weg. Ach du Scheiße, ich krieg gerade voll auf die Fresse. Und zwar so richtig krass auf die Fresse. Ach du meine Güte. Das war kein guter Plan. Nein, war es nicht. Was ist denn das? Ach, das ist die Brücke. Glaube ich. Ja. So, wo bin ich denn jetzt? Hier. Ja. Ich möchte gerne wieder hier hin. Das machen wir nämlich jetzt noch. Vielleicht wäre aber auch, um für ein bisschen Zerstörung zu sorgen, Rauch tatsächlich besser geeignet. Glaube ich zumindest mal. Auch wenn damit Klettern nicht so schön funktioniert. Aber Wurst. Wer schießt denn hier schon wieder? Du kleiner Pisser. Egal. So, wo sind denn jetzt schon wieder die Antennen? Da müsste ja eine direkt geradeaus sein, oder? Ich sehe aber nichts. Ich sehe aber nichts. Ja, wuh, 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 lass mich in Ruhe. Delsin, kletter bitte da hoch. Ja, das, meine Fresse, Delsin. Mit den Klettern und das Hass ist nicht so ein Ding, hä? Ja, geil. Oh Gott. Geh mir das wieder am Arsch. Hier ist zumindest ein Lüftungsschacht. Danke. So, komm her. Ja, jetzt zielt schon wieder jemand auf mich. Weg. So, wieder einer down. Au, au. Hey. Penner. Wo kommt ihr alle her? Ich weiß es nicht. So. Ja, da kommt noch ein Freund. Der kriegt auch gleich mal aufs Maul. So, ich möchte mich aber gerne mal wieder weiterbewegen. Meine Güte, wie viel kommt denn hier? Seid ihr alle beschissen, ey? Rein da! Na, der ist auch anständig geflogen. Oh, oh. So, alle Türme weg. Sehr schön, dann können wir uns jetzt ja um die Zentrale kümmern. Was geht denn hier unten ab? Hallo, Jungs. Oh, shit. Das war kein guter Plan. Oh, Mann. Da steht ein Geschütz. Was soll denn der Scheiß? Schieß denn hier? Du Pisser. Oh, Mann. Ich möchte mal wahnsinnig gerne dieses bescheuerte Geschütz ausschalten. Und das hat Rums gemacht. Ich bin noch eben ohne Kamera. Kamera, Kamera. Da. Und ich bin wieder weg. Eine schöne Hit-and-Run-Strategie. Ich glaube, dieses Geschütz zielt nicht in meine Richtung. Das ist gut. Und wow, hey, hey, hey. Wo kommt ihr schon wieder her? Mein Gott. Shit, 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 shit. Und ich verpiss mich wieder. Zum Glück weiß ich, wo es einen Lüftungsschacht gibt. So, gibt es hier irgendwo Rauch? Ich sehe nur Neon überall. Ist ja scheiße. Ja, mal weg mit dem Geschütz. Und wieder nach unten. Oh, Mann. Oh, Mann. So, bleib stehen. Wow, hey, 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 hey. Delzien, move your ass. Huh. Noch eine Kamera weniger. Die Typen werden aber irgendwie auch nicht weniger, hm? Mann, ey. Okay. Ja, verpiss dich von da hinten. Ich brauche irgendwo Rauch. Frage ist, von wo? Such mir mal die Dächer ab. Hier müsste doch irgendwo was sein. Ja, hier. Sehr schön. Oh, da geht es mir gleich wieder besser. Da unten sollte noch irgendwo ein Geschütz sein. Verdammt. Ich sehe es nicht. Von hier? Hehehe. Irgendwer zielt hier auf mich von da hinten. Wollt ihr mich verarschen? Da unten ist es. Auch weg. Sehr schön. Ich würde sagen, stürzen wir uns mal wieder in die Schlacht. So, da ist mal hier einiges kaputt gegangen. So, ich brauche nur noch eine gute Tat. Dann kann ich mal anständig aufräumen. Und zwar jetzt. Sehr schön. Und macht's gut. Ja, das war doch nice. Natürlich müsst ihr beiden auch noch rauskommen. Wo ich gerade für eine kleine Apokalypse gesorgt habe, müsst ihr natürlich noch rausspringen. Toller Plan, Jungs. So, und jetzt geht der Scheiß mal... Ey, wer schießt denn hier noch immer auf mich? Egal. Wird mal gekonnt ignoriert. Äh, nochmal, bitte. So, ist das Teil endlich mal kaputt? Na, jetzt. Okay. Nice, 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 nice. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir wieder einiges an Scherben einsammeln. Mhm. Da stehen noch die beiden Pisser. Na dann, tschüss. Ich bin jetzt auch noch eine Kamera. Weg damit. So, jetzt will ich gerne mal meine Scherben haben, die ich mir reglichst verdient habe. Gut. Äh, hoch mit dir, Delsen. Ja, genau da wollte ich hin. Dankeschön. So, dann noch schnell Kameras zerstören. Sorry, wollt euch nicht erschrecken. Das war nicht meine Absicht. Tut mir wahnsinnig leid. Aber die Kameras müssen nun mal weg. Da führt kein Weg drumherum. Natürlich. So, hier noch weg. So, dann können wir hier gleich auch noch. Dann halt nicht. Dann mache ich halt die Penner da hinten noch platt. So, hier habt ihr mal eine Rakete. Gefällt euch das? Ja. So, das auch noch mitgenommen. Wer lebt denn hier noch? Ein so ein kleiner Pisser. So, jetzt sollte ich hier aber Ruhe haben. So, kann ich jetzt? Danke. Was muss, das muss. Ja, oh, er hat recht. Das hat er recht. Nee, 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 nee. Äh, noch nicht fertig. What? Ach, hier oben sind auch noch. So, jetzt aber. Soll zumindest mal irgendein Dup-Soldat werden. Hm, na was macht der? Muss er pissen? Sieht zumindest so aus. Oder? Irgendwie schon. Hm. Tatsache, er muss wirklich pissen. Oder kacken. Das kann man aus dieser Pose nicht herauskennen. Viertelfinalkampf jetzt verfügbar. Sehr schön. So. Dann würde ich aber sagen, bevor wir weitermachen mit was auch immer, das weiß ich selbst noch nicht. Dankeschön. Ist diese Episode wieder am Ende und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich. Hallo bei einer neuen Folge von Infamous Second Son und nachdem wir in der letzten Folge ja hier die Kommandozentrale zerstört haben, würde ich sagen, machen wir hier gleich weiter und nehmen dieses Gebiet gleich mal ein. Dann haben wir hier zumindest mal Ruhe. Es muss Delsing nur noch hier hochkommen. So, ja, dann tätigen wir gleich mal wieder den Anruf. Ja, Delsing wird schon ein bisschen vorlaut. So, ach, wieder nur normale Gegner. Okay. Wow, aber haufenweise Sniper, meine Fresse. Oh, oh, shit. So, kommt ihr bitte mal hier runter. Nein. Äh? Hm, wie? Au, 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 au. Was? Zwei? Das ist nicht gut. Ihr kriegt ja mal ein paar Raketen in die Fresse. Und ich habe keine Raketen mehr. Doch, eine hätte ich eigentlich noch. Wieso ging das dann nicht? Oh, man. Oh, shit. Die Typen sind für ihre fette Rüstung eigentlich ziemlich flott unterwegs. Das muss man ihnen ja mal lassen. So, das ist zumindest mal einer da. Und dann, den hole ich mir gleich. Da ignoriere ich mal gekannt den anderen. Au, meine Fresse, habe ich in den Abgang gemacht. Wo ist denn der jetzt? Muss er hier... Hey, nicht hier runter Snipern. Na, du stehst noch immer? Jetzt aber nicht mehr. Wo ist denn der Pisser hin? Und wieso kann ich die Mini gar nicht nehmen? Ach, wollte der draußen herum gehen? Tatsache, wollte er ja. Au. Na, endlich. So, bist du auch mal erledigt. Dann haben wir jetzt ja, ehrlich gesagt, halbwegs leichtes Spiel. Hey, lauf nicht weg von mir. Gibt es hier irgendwo Rauch? Neon. Ah, dann nehmen wir Neon. Scheiß drauf. Ha, der tickelt. Das war nicht weit genug. Oh, shit. Was war denn das wieder? Schubs mich nicht. Alter, wollt ihr mich verarschen? Und tschüss. Tippa-di. Kurz mal regenerieren. Danke. Das hat er schon wieder nicht getroffen. So, war es der letzte? Sieht so aus. Jupp. Damit gehört dieses Gebiet uns. Sehr schön. Einsamer Wolfjacke. Gleich. Mal angucken. Wo ging das schnell nochmal? War das nicht hier? Ja. Naja. Crocodile. Bin ich dir, ehrlich gesagt, noch immer am besten. Deswegen behalten wir die mal. So, da unten sehe ich noch. Die nehmen wir noch schnell mal mit. Komm schon, geh kaputt. Ach, egal. Machen wir das so. Und da hinten gibt es wieder einen Agenten irgendwo. Da komme ich nicht hoch. Hier soll das auch funktionieren. Ja. Das heißt, es ist sicher wieder, schalten Sie die Feinde raus. Natürlich. Wat denn sonst? Hier ist ja niemand. What the fuck? Okay. Okay. Ach, jetzt funktioniert es. Äh, brrrrrr. Wo soll denn der wieder sein? Äh, nö. Ja, wieso winkst du? Winkst du mir? Ich weiß es nicht. Egal. Ja, wo ist denn der Typ? Du? Nee. Du? Ja. What the fuck? Der ist wieder so schnell. Alter, willst du mich verarschen? Ja, wenn ich will, kann ich auch Gas geben. Ja, natürlich läuft er die Wand hoch. What the fuck? Hä? Ich bin gerade maximals verwirrt. Delsin gibt Gas. Ja. Ah, verdammt. Mann ey. Ich treff aber auch gar nichts. Ja. Ich treff aber auch gar nichts. Na, endlich. Das sind die Typen immer nervig. So, dann kann ich mir hier gleich noch die Akte mitnehmen. 80 Meter. What the fuck? Ich schätze mal, das wird dann irgendwo da oben sein, hm? Grob geschätzt. Na, da wollte ich mich eigentlich nicht festhalten. So, hoch, 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 hoch. So, wie sieht es jetzt aus? Noch immer 36 Meter? What? Kann es sein, dass ich vielleicht zu hoch war? Oder bin? Dann springen wir hier mal runter. Wir kommen immerhin näher. Ah, nu. Hä? Achtung! Sehr schön. Dann, ja. Danke. Vielen Dank. Kann ich da hochklettern? Oder ging es leichter, wenn ich einfach so machen würde? Ja, geht um einiges einfacher. So, aber ich glaube, jetzt könnten wir eigentlich, nehmen wir gleich dieses Gebiet noch ein. Das wäre natürlich auch ein Plan. Wir haben ja eigentlich noch einiges zum Einnehmen. Wir haben hier, hier, geht. Drei Gebiete wären hier zum Einnehmen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir gleich das hier als nächstes. Ist ja immerhin in der Nähe. Da würde ich dann aber auch ehrlich gesagt lieber wieder auf Rauch umsteigen. Sehr schön. Aber apropos, kann ich eigentlich irgendwas aufbessern? Nö, hier nix. Hier auch nix. Na, dann halt nicht. So, komm schon. Na, fast. So, und wieder Kampf starten. Ja, die muss sich auch anständig verarscht fühlen. Wow, was kommt denn hier? Gleich mal weg damit. Hm, ich dachte, das macht mehr Damage. Wow, der ist auch schön geflogen. Wow, schon wieder ein G-Typ. Aber es sind die letzten beiden, die übrig sind. Ich habe nur noch eine Rakete. Gibt es hier irgendwo Rauch? Ich brauche Rauch. Na, mal hier hoch. Hier ist Rauch. Ja, ist ja schön. Meins. So, und jetzt? So. Hey, mach kein Schild, Junge. Nein, 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 nein. Lass den Scheiß. Au, au, au. Beschissenen Typen. Wow. Delsen, mach doch irgendwas. Ich verpiss mich. Schnell mal abhauen. So, wieder hier hoch. Dann habe ich wieder den Überblick. So, wo ist der kleine Pisser? Da ist er. Gehst du jetzt mal bitte down? Okay. Ja, sayonara. So, und noch ein Gebiet eingenommen. Sehr schön, sehr schön. Wieder eine neue Jacke bekommen. Ja, dann würde ich sagen, erklären wir diese Folge gleich mal zur Eroberungsfolge. Dann machen wir gleich den Rest auch noch. Da unten raucht es. Das brauche ich auch. Ja. So, und hier rein. Wo ist denn die Reklame-Tafel? Ich glaube, da hinten sehe ich sie schon. Ja, das ging natürlich mit Neon, um einiges besser hier hochzuklettern. Aber egal, wir packen es so auf. Ne, das war es doch gar nicht. Oh man, das ist noch viel weiter weg. Verdammt. Na ja, doch nicht mehr so weit. Das geht ja noch klar. So, nur noch hier rüber. Ich hoffe mal, Delsin packt es hier hochzuklettern. Was nicht danach aussieht. Ach man ey. Diese Klettermechanik. Warum man sich hier nicht festhalten kann, ich verstehe es nicht und ich werde es auch nie verstehen. Gibt es hier irgendwo einen beknackten Lüftungsschacht? Hier ist doch sicher einer. Ja, danke. Na toll, und ich stehe genau vor dem Wachen. Ist ja wunderbar. So, und ein erneuter Anruf. Oh, Hubschrauber kommt wieder. Und noch mehr? Oh man. Da will ich mich aber zuerst mal um den Hubschrauber kümmern. Na, komm näher, komm näher. Näher kommen. Tja, das war wohl nichts, he? Aber das war meine falsche Taste. So, Hubschrauber weg. Sehr schön. Gibt es hier irgendwo Rauch? Nicht wirklich, he? Scheiße. So, dann kommst gleich mal du her. So, bist auch down. Sind nur noch die beiden da drüben. Na, die holen wir uns auch noch. Ist ja mittlerweile alles kein Problem mehr. Hallo. Au. Ja, klar. Ja, klar. Ja, trepp mich noch. Alter. Ich glaub, die wollen mich ein bisschen verarschen gerade, he? So. Jetzt aber. Ja. Arschloch. So, dann war es auch wieder ein Gebiet hinzugefügt. Zu unserer Liste der Eroberungen. Sehr schön, sehr schön. Und daneben Jacke. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch gleich noch das letzte Gebiet. Soll das dann eigentlich zumindest auf dieser Seite der Brücke gewesen sein. Eip, sieht gut aus. Sieht wunderbar aus. Ich brauche aber trotzdem ein bisschen Rauch. Wäre echt angebracht. Sehr schön. Ja, dann können wir uns hier noch schnell den Agenten schnappen. Ach, das war ja die Stelle. Ja, jetzt funktioniert's. So, wo ist er denn? Hallo? Du hier! Na, den habe ich aber wohl total getroffen. Na, der ging wenigstens mal floppt. So, wo muss ich jetzt hin? Da oben. Hallo? So, haben wir hier irgendwo, hier würde irgendwo ein Lüftungsschacht sein. Ich will hier ehrlich gesagt jetzt nicht so hochklettern. Ja, hier ist er schön. Hoppala. So. Und erneuter Telefonstreich. Oh, da kommen sie schon. Wir gehen mal ein bisschen in Deckung. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal schön bleiben. Alter, lass den Scheiß. Wo ist denn der Pisser? Da ist er. Oh, shit. Was wird denn das? Bleibst du stehen? Na, nicht porten. Mann, ey, du willst mich doch verarschen, hä? Alter, komm schon. Jetzt sind's schon zwei? Er wollte mich wirklich verarschen, hä? So, das ist mal einer weniger. Wo ist denn der Zweite jetzt? Da bist du. Und der macht auch einen Abgang. Sehr schön. Ja, was wollt ihr denn von mir? Ach, guck, ich hab die Nase. Ah, so, besser. Da hinten ist noch einer. Den holen wir uns auch schnell mal. Ah, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, aber so funktioniert's ja auch. Jetzt nur wieder irgendwie hier hoch, was ja mit Delsen gar nicht so einfach ist. Ah, nicht auf die Antenne. Ja, ich hab's nicht. So, dann noch die beiden Typen hier. Hallo, ich komm von hinten. Ah, das war's. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Zumindest was die Eroberungen angeht. Und hier eine neue Jacke. Jetzt könnten wir ja eigentlich mal wieder nachgucken, wie die so aussehen. Die hatten wir schon, die hatten wir schon. Die hatten wir, glaube ich, auch schon. Die hatten wir noch nicht geladen. Das ist ein Munitionsgürtel, oder? Sieht zumindest so aus. Und daneben mit Einschusslöchern. Resting peace. Hm. Mir gefällt aber ehrlich gesagt noch immer die am besten. Na ja, dann lassen wir's. So, was können wir jetzt noch auf dieser Seite erledigen? Hier wäre noch Paper Trail. Dazu muss ich auch wieder online gehen. Hier noch zwei kleine vereinzelte Scherben. Und die... Wir hatten aber hier noch... War ja nicht noch irgendwo was. Irgendwie... Moment mal. Hier ist nix. 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 Nada. Hier noch die zwei Scherben. Tatsache, wir haben alles. Ha. Na, dann würde ich sagen, holen wir uns noch die beiden Scherben. Hätte ich eigentlich nicht nach unten springen müssen. Und dann können wir die Mission angehen. Und zu anderen Angels rüber. Äh, ich möchte hier hin. Und da sind wir auch schon da. Ach, so ne Schnellreise ist schon was Schönes. So, wo ist denn das? Hä? War ich da nicht schon oben? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oder ist es ein anderes? Wer schießt denn hier schon wieder? What the fuck macht ihr da unten? Ach, jetzt hat er das Neon eingesaugt und nicht die Scherbe. Ihr wollt mich doch verarschen, hä? Ja, danke, dass ihr auf mich schießt, wenn hier Drogendealer herumlaufen. Mein Gott, ihr Polizisten seid ja auch sowas von dämlich. So, danke. Und jetzt muss ich erst recht wieder hier nach oben klettern. Da Delsin schon wieder mal das Neon aufgesaugt hat und nicht eigentlich das, was ich wollte. Nämlich diese Scherbe hier. Na, dankeschön. So, und eine müsste ja hier noch sein. Ja. Ja. Upp. So, die nehmen wir dann auch gleich mal mit. Na, hier entlang. Aus dem Weg, Karre. So, hier. Na, ach, und da hinten sehe ich es, glaube ich, auch schon. Jep, da ist sie. Nein, nicht das Neon entziehen, die Scherbe entziehen. Ach, du willst mich doch verarschen. Na, holen wir uns erst mal das Neon und jetzt geht auch die Scherbe. Sehr schön. Viertel sauer. Ja. Wunderbärchen. So, jetzt sieht es aber echt mager auf dieser Seite hier aus. Mal abgesehen von der Papertrail-Mission. Na gut, dann... Auf dem Weg Richtung Mission. Wow. Delsin for President. Ne, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Das überlasse ich dann doch lieber anderen Leuten. So, wir müssen hier zu diesen ominösen Gebilde. Wer zur Hölle baut so eine Brücke? Leute gibt's. Leute gibt's. Dankeschön. Wir müssen hier nur noch irgendwie auf die Brücke hoch. So, hier sehr schön. So, hier sehr schön. DUP Security Operation Authorized heißt DUP Only. Erkennt mich mal. Und das sieht ja schon richtig spaßig aus, wenn ich hier so dieses Gebilde sehe. Oh Mann, ich muss hier nach oben. Na geil. Na na ja, wie wir uns auf die andere Seite dieser Brücke kämpfen, das erfahren wir dann in der nächsten Episode von Infamous Second Son. Und ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, auf Wiedersehen. Und man zieht sich. Musik